UNTERTITELUNG Tief in einem versteckten Hüllensystem in Nordspanien kommt ein spektakulärer Fund ans Licht. Hunderte perfekt erhaltene Überreste von Urmenschen. Doch eines ist sehr ungewöhnlich. Die Relikte sind zerbrochen, als hätte sie etwas zerschmettert. Es ist eine kriminalistische Spurensuche. Wurden diese Menschen Opfer einer Naturkatastrophe oder eines bizarren Rituals? Zwischen den Felsen von Gibraltar und den Höhlen von El Sidron suchen Forscher nach Hinweisen auf das Schicksal dieser Gruppe von Frühmenschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017